Es trifft euch alle, ob jung oder alt. Die meisten Menschen in Deutschland haben die Nase voll. Es macht wirklich keinen Spaß in Deutschland was zu erleben. Sie sind unzufrieden, unglücklich, krank. Sie haben keinen sicheren, verdienstvollen Job. Sie leben als Rentner am Hungertuch. Sie finden keinen bezahlbaren Wohnraum und vieles andere mehr. Und dann eine Partei, die für Wohlstand wirbt und dabei die Menschen in Deutschland auf der Strecke lässt. Eine Partei, die eine Verteidigungsarmee kriegsfähig macht und damit mit einem Wir-Gefühl wirbt. Eine Partei, die die Wirtschaft zugrunde richtet. All diese Parteien haben ihre Glaubwürdigkeit verloren und sind nicht wählbar. Es gibt nur eine Partei, die mit Vernunft und Gerechtigkeit die Politik macht, die alle wollen. Also zuerst am 9. Juni 2024 Bündnis Sarah Warnknecht wählen. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2007